Ich habe zwei kleine Geschwister, liebe Grüße an Atiom und Nikita, also wenn ihr das sehen, zwei sehr, sehr liebe Jungs. Nikita ist in der fünften Klasse und er muss einen Vortrag über einen Promi machen. Und ich muss von vornherein zugeben, ich kenne mich absolut null mit deutschen Promis aus. Das ist so gar nicht mein Gebiet, gar nicht mein Gebiet. Und er hat sich für Mark Foster entschieden. Und er hat ein Plakat vorbereitet und wollte mir das vortragen. Er zeigt mir dieses Plakat und ohne Spaß, ich merke in dem Moment, ich habe Mark Foster schon mal getroffen. und mit ihm geredet, ohne zu wissen, dass es Mark Foster war. Und ich gebe die meiste Schuld Mark Foster, weil er sieht auch einfach aus wie jeder. Also ich weiß nicht, ob ihr Mark Foster kennt. Also das ist einfach, wäre Berlin ein Mensch, wäre es Mark Foster.